Mit dem Surface RT und dem Surface Pro konnte Microsoft die Erwartungen nur teilweise erfüllen. Nun hat das Unternehmen die Nachfolgemodelle Surface 2 und Surface Pro 2 vorgestellt. Das Surface Pro 2 ist mit einem Intel Haswell-Chip mit 1,6 GHz ausgestattet. Dieser soll nicht nur für 50% mehr Grafikleistung sorgen, sondern auch den größten Kritikpunkt des Vorgängers, die Akkulaufzeit verbessern. Diese soll nun rund 75% über der des alten Modells liegen. An Arbeitsspeicher stehen je nach Wunsch 4 oder 8 GB zur Verfügung. Die internen Speichervarianten reichen von 8 bis 512 GB. Das Surface Pro 2 erscheint am 22. Oktober mit Windows 8.1 zum Einstiegspreis von 899 Dollar. Die teuerste Version des Tablets liegt bei rund 1.800 Dollar. Ebenfalls am 22. Oktober erscheint das Surface 2. Im Nachfolger des Surface RT werkelt ein Nvidia Tegra 4 Prozessor mit 1,7 GHz. Das 10,6 Zoll Display löst mit 1920 x 1080 Pixeln auf. Der Arbeitsspeicher beträgt 2 GB. Für Daten stehen wahlweise 32 oder 64 GB zur Verfügung. Die Akkulaufzeit soll bei bis zu 10 Stunden liegen. Als Betriebssystem kommt eine RT-Version von Windows 8.1 zum Einsatz. Käufer des Surface 2 müssen also Apps aus dem Windows Store nutzen. Herkömmliche PC-Programme laufen auf dem Gerät nicht. Microsoft reagierte außerdem auf einen weiteren Kritikpunkt und verbaut nun einen verstellbaren Standfuß in den Surface-Geräten. Dieser lässt nun zwei verschiedene Neigungswinkel zu. Der Einstiegspreis des Surface 2 liegt bei 449 Dollar. Neben den Tablets stellte Microsoft auch neues Zubehör für die Surface-Geräte vor. Das aktuelle Touch-Cover fällt rund ein Drittel dünner aus als die alte Version und soll leichteres und schnelleres Schreiben ermöglichen. Das Type-Cover verfügt nun, ebenso wie das Touch-Cover, über eine Hintergrundbeleuchtung und wird in den Farben Pink, Schwarz, Blau und Lila erhältlich sein. Der Einstiegspreis des Surface-Geräte